Jonas hat heute Der Fleischhacker ist hier Wer? Der Fleischhacker 36 Und es wird Noch heißer Apex Oh yes Apex Ui, ich hab in den Chat geguckt und von dir die Karo Alter, Porsche ist ja die Ultratodenschleuder So, wie fährt man Audi? Irgendwas, worauf ich achten muss? Nein, top Schnell Aus Kodatschich Komisch Ah, jetzt weiß ich was zu meins Danke, dass du es gesagt hast Hätte ich mich ja direkt abgelegt Bremse ist nicht vorhanden Ach so Also Turn 1 Vor den Schildern bremsen am besten Ja Bei 300 Am besten noch weiter davor Starten wir eigentlich von hinten oder Starten wir eigentlich von hinten? Oder wo starten wir? Starten wir von hinten? Ja Okay, lass mal von vorne starten Okay Wenn ihr es überhaupt da vorne hin schafft Wenn ihr es überhaupt da vorne hin schafft Junge, ich kann einfach nicht Bremse ist nicht wieder ein Junge, ich hab komplett neues Rick gefühlt, Mann Ach, das gibt es überhaupt nicht Boah, einfacher konnte ich da nicht überholen Stell dir vor, ich bleibe mich jetzt endlich mitgegen Guck mal, dann kamen V3-Pedale und ich hatte keinen Bock mehr aufzuteilen Guck mal, ich lasse sogar die Tür auf Guck mal, ich lasse sogar die Tür auf Ja Zumindest ist er den kurzen Hotel gefahren Ich wollte reinfahren Okay, wir müssen uns nicht zu spazieren Auch in der Waiting Time sein Nein Doch Ja, dann warte Sonst schaltest du aus der Box Ach du Scheiße Wir haben ein Studium durchgeführt Top B, Mann Da muss ich mich aber jetzt nicht beeilen Alter Wir jetzt da wenden in 5 Millionen Zügen Junge, weil das Turboloch so on point war Jetzt ist Wartezeit Du, dass ich als ganz letzter starte Dann habe ich mehr Pufferform jetzt zum Abbremsen Ne, Biermann startet er als letzte Teil Stellt aus der Box Leon, da gibt es einen Fake-Stöder Ja Echt so Neue Strategie Ja, Mann Dein Bruder? Auch Wer ist back? Jetzt auf jeden Fall auch desqualifiziert Ja, der will dazu gehören Er gehört dazu Er gehört dazu Ich höre 2 haben sich nicht DSQ'd Und Schröder startet auf Pole Position von P20 Sind wir echt mit 10 Leuten hier, die sich einfach von hinten starten? Ey, das ist ein irgendwelche Schröder Sein Mann weiße Jotten Schröder Jotten Schröder Jotten Schröder Okay, 9 Leute Also wir stehen jetzt mit 10 komplett bescheuerten Leuten 5 reinhinken und versuchen irgendwie durch dieses Feld zu kommen Wie viele sterben in Runde 1? Oh, Bückel ist am Backen und dreht sich, top Wacke Wacke Kuchen Becker hat gerufen Karim Oje Was ist das für ein Bentley, der hier steht? Ich möchte einfach nicht Ihr fahrt da jetzt nicht zu 5 nebeneinander, aber ihr seid komplett gefeuert, glaube ich Alter, der BMW Junge Loi Oh, da ist ein Porsche grad kaputt Da steht gerade alles Da steht ein Netze Alter, ich fahr für Starlock Hallo Oh Junge Ich bin durch Ich bin durch Ich bin auch durch Ne doch, ja doch Alter, das gibt es überhaupt nicht Was ist passiert? Moses Moses Alter Ich bin durch Und ich seh da vorne nen Kisser, den ich jetzt wegdiwe Leon Schröder, dein Bruder ist vor mir Ist egal, den Dive ich jetzt vielleicht weg Komm Toni Außen rum Komm Kisser aus um die Erde nehmen Schade Ich bin halt passiv-aggressiv Oder so ähnlich Runders feuern Junge, was machen Kisser und Bürgler da für ein Tänzchen? Komm, mach die Tür auf Mach die Tür Uooooooh Läuwe Lenk, Lenk, Lenk Warum muss er mir in die Tür fahren? Weil er die Tür zu gemacht hat anstatt auf Obwohl du neben ihm warst Gute Erklärung ach das muss ja und 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 alles hat er nicht gemacht hat er mich zerstört und wenn ich ein bisschen schneller gewesen hätte ich nicht weg ist bin oder war es ein millimeter mehr auf das eine null ja 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 da gerade war überhaupt nicht funktioniert habe ich doch gesagt hier mehr als nicht bei jonas ist gar nicht mit jonas ein bisschen schmal nicht wilder mithalten bändel gewinnt man sich am blas nicht was wir uns hier verraten aber ich habe schon gehört denn der bändl bild so mit dem audi kann man sehr gut zu spät bremsen Was macht ihr denn hier in der Spitzkehre? Das war doch der, der mir gerade auch in die Seite gefahren ist, oder nicht? Junge, ich bin Nebion und er lenkt einfach in die Tür ein. Ja, hat dabei Biermann auch gemacht gerade. Warum passt eigentlich niemand auf und sagt mir, dass ich kein Sprit mitgenommen habe? Einfach clever, rararara. Ja, jedes Mal hängen wir jetzt eh eher dran, wenn was Dummes passiert. Gammelt schon wieder in der Box? Boah, richtig entsorgt. Wirklich, wurde richtig entsorgt, Mann. Ja, Mann, ich wurde in Runde 1 da am Start-Chaos ein bisschen weggefetzt. Zwei Minuten Standzeit gefühlt. Achso, nein, du musst danach den Move gegen den Ferrari gucken. Ai, 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 ai. Nee. Junge, das war so eng, Alter. Biermann? Biermann? Ja, ja. Ich hatte ein bisschen Aufersteer in die Kurve reinbekommen. Aber ich muss eh tanken. Von daher passt das alles perfekt mit der Strategie überein. Könntest du ja bitte nicht so bummeln. Warte, keine Freirunde. Wem redest du, Jansky? Mit... Ach, lol. Das ist ja gar nicht Schubser. Das ist Leons Bruder. Moin. Hast du dem gerade einen Schubser gegeben? Ich habe es genau gesehen. Nö. Ich weiß gar nicht mehr. Junge, lass meinen Bruder in Ruhe. Jonas. Jonas, wie assig hast du den denn jetzt überholt? Den Baby habe ich genauso überholt. Guck vor dem Anbremsen noch mal deinen Spiegel. Siss. 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 Was war das für eine elendige Divebomb, Mann? Es war keine Divebomb. Der Ferrari hat sich einfach nur ein bisschen verbremst, glaube ich. Wenn ich das von hier hinten richtig gesehen habe. Gell, Jansky? Ja, weil er sich erschrocken hat, dass ich auf einmal neben ihm war. Auf der linken Seite. Ja. Und wenn die Reifendrücke niemand mit dem Start eingestellt hat, schon scheiße sind. Jonas. Noch sieben Minuten ne Durchfahrtsstrafe. Nee, oder? Was? Wegen Track Limits. Was ist mit dem Ferrari los? Ja. Warum hast du wieder abgestellt, wie immer? Vorhin neu drüber gesprochen. Weil ich zwei Minuten Schaden hatte. Ja und? Ich muss auch in die Box. Und bin hinten. Jonas hat auch ne DT. Du hättest schön mit uns kämpfen können. Aber nicht mit zwei Minuten Standzeit. Und dann fahr halt mit zwei Runden zurück hinterher. Was war denn das eben für ein Auto, was da in der Boxen Einfahrt absolut komisch rumstand? Der ist einfach komplett 90 Grad zu der Strecke abgebogen. War hier schon wieder die nächste Warning, man. Junge, was machst du? Du nützt die Strecke mehr als außen. Ich habe noch nicht mal eine. Du hättest recht, ich hab keine. Ich hab auch eine. Oh. Find ich jetzt besser als Biermann? Ja. Mindestens. Nee, Biermann ist schlechter als ich, um das auch das zu bedeuten. Ist Biermann in der Krise? Auch. Gambal ist in der Krise. Nee, bei Simwit ist Gambal in der Krise. Gambal ist generell in der Krise. Ja Gambal, dann übergibst du eigentlich das Auto. Ich warte immer noch auf das Auto bei Simwit. Okay, das war die zweite. Junge, ich weiß nicht, wo du mir langfährst. Ich sterbe einfach nur, wenn ich off-track gehe. Ja, du hast doch das neun Stunden gesehen, wo der da rumfährt. Ja, keine Zeit. Ja, jetzt muss ich mich wieder... Ich kann nicht reden, Alter. Ich kann nicht reden. Kommt da einer? Nimm Titten hier einfach mit. Meine Fresse, Mann, dieser AMG. Aber der sieht halt auch alles aus nem ganz anderen Betrachtungsleben. Ja. Wie aus nem Fernrohr. Ich glaub, das ist ein Fehler. Stark, Jansky. Wie fährst du da rum? Jonas und ich hatten die gleiche Idee. Mein Winkel war so beschissener. Wie man's macht, wie man's eben nicht macht. Wenn ich jetzt mit dem Auto noch ein bisschen schneller werd, dann können wir 24 Stunden anfahren. Also fahren wir nicht. Also fahren wir nicht. Ja. Geh weg mit deinem Topspeed. Geh weg. Anders. Geh weg, All. Ja. Ich bin vor ihm. Muss aber noch tanken zum Tactical Fuel Stop. Sorry. Hat Bürkle jetzt einfach tilten, wenn's sein soll. Ja, Junge, der hat da doch nicht anders verdient gehabt. Der hat grad einfach Bürkle und mich fast beide gleichzeitig abgeräumt durch seine dummen Aktionen. Ich wollte auch nur rausfahren, man. Jetzt krieg ich ne Drive-Thru. Erstmal wieder abstellen. Steh in das Rad. Ah, 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 ah. Lack der Stream denn auch, oder ist der Stream in Ordol? Ich geh fliegen. Woher zu denn? In der Johannesburg, oder? Ja. Alter, Leute. Könntet ihr euch bitte nicht in die Karre fahren? Machen wir doch nicht. Oh, jetzt geht's los. Ich wollte da nur mal kurz reinlassen. Oh nein. Manuel. Have mercy. Bürkle macht schon für mich. Jansky, 0,8 Sekunden ahead. Oh, Junge. Wo kommt der denn her? Sauber, Junge. Bürkle macht meinen Move. Bürkle ankert einfach am Apex. Ah, war ein Ehrenmann. Oh, Jonas. Ich hab deine Track-Minutes gefunden. Soll ich dir mitbringen, oder? Marry findet der schon alleine. Gib ihm nur 3 Minuten, dann wird er wieder eine Drive-Thru. Fährt aber trotzdem. Top. 7 Stück in 13 Minuten 50. Wer hätte nächstes Bremsschild weggefahren? Oh, Entschuldigung, Maurice. Oh nein. Das arme Bremsschild. Wie so ein Lambic-Train. Guck mal, wie das aussieht, Alter. Ja, ich glaube, ich muss älter den... Oh, Bertha bekommt jetzt... Bertha bekommt jetzt... Bertha, guck mal bitte jetzt in Rückspiegel. Bertha bekommt jetzt den... Die Dive-Pump ist seit Tausends, Mann. Was? Bertha, Hagrid? Lange du mich nicht entsorgen. Und die fahren sich auf der Geraden. Wie oft habt ihr euch jetzt berührt? Wie oft habt ihr euch jetzt berührt? Gib ihm. Fahrst du jetzt in der Box wie jemand, ey, ne? Ne, ich kann ja noch eine rumgefahren. Zwei, fast. Jetzt geht wohl zu, ey. Nein, Manuel, nein. Alter, mach das nicht. Egal, was ihr vorhabt, mach das nicht. Nein. 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 No. 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 Ja, oder glaub ich das treffen muss. Ach Janski warum trittst du hier auf die Bremse als mich durch. Boah, da se ich mich nicht lieber im NSX. Was ist das denn jetzt hier für ein Mist? Warum musst du auch noch damit fahren? Hä, ich war neben euch. Ich hab den super Move gemacht. Weißt du, Birmingham und ich battle uns hier die ganze Runde und kaum kommst du wieder an... Sind wir alle tot? Ich wollte doch echt eine nehmen. Alter! Hallo Jan! Moin! Da bin ich, hab noch zwei... Eine Runde Sprit, verdammt! Guck mal Jansky, jetzt haben wir beide Bökel überholt, war doch gut! Der Bökel entsorgt in der Rechtskurve. Fantastische Kurve. Alter! Alter, das war, glaub ich, mein... Jonas hat heute... Jedes Mal... Jedes Mal, wenn man ein schönes Duell hat, kommt Jonas. Da konnte ich aber nix für. Du kannst nie was dafür. Ich weiß gar nicht, wie ich mit Timo... Boah, jetzt hab ich aber Heavy Damage auf der Hinterachse. Ja, hab ich. Fröhn, du Pfeife, rechts ist das Pedal. Der Kontakt mit Timo so aus wie irgendwie... Schon wieder ein stehendes Rad. ...Internet-Bug. Was ist das denn? Ich verhandle dich. Dann mach ich halt jetzt eine Minute... Boah! Boah, Alter! Boah! Try me! Auf einmal steht der da noch im Apex, Alter! Ich... Einfach mal kurz ein Acker über... Ey, ich dachte links wär's Gaspedal, Mann! Ja, nee. Das haben die auf umgebauten Baudi. Auf rechts. Ach so! Sorry. Wusste ich nicht. Aber jetzt... LKT mal, sag ich dir. Also jetzt wieder das rechte Pedal nehmen, ja? Oh! Ja, zum Bremsen. Ach, okay. Äh, Jansky, wie war das mit einem Highlight-Video aus den Twitch-Clip-Fails von heute? Äh, du kannst aber das Rennen hochladen. Einmal das... Wie viele Staffeln machen wir denn jetzt einfach aus dem Stream heute? Wir machen die ganze Netflix-Serie. Ja, Mann. Frag mal Netflix, ob die Sponsoren. Ja, Mann. Wir nennen die Serie einfach ganz lässig Drive to Survive, ja? Ich wollt's gerade sagen, Alter! Äh, der McLaren vor mir fährt. Er ist mir einfach in die Karre gefahren. Ja, auf der Geraden. Wie viel da bist denn, du? Wieso bin ich Achter? Äh, Vierter, meine ich. Wieso bin ich Achter? Hä? War da gar keinen Sinn? R, R, C, R, C, I, R... Irgendwas. Um Jansky, mehr kann ich nicht für dich tun. Ich, äh... Ich roll' mir aber gleich den Ferrari ab, wenn er so weiter komische Linien fährt. Ja, ist nicht schlimm, solange du mich nicht triffst. Aber jetzt hast du ihn doch wohl, oder? Natürlich. Du sollst doch auf der Bremse aufpassen. Oder doch mal kurz in den Rückspiegel vielleicht gucken. Ich fahr einfach vorher schon durch die Kurve. Genau, Vorsi. Eins von beiden. Oder irgendwas zwischen den beiden. R, C, I, war was anderes. R, C, I, war was anderes. R, C, ist in England da. R, C, ist deutsch in England. Ah, gut, dass du dich da so gut auskommst. Wenn ihr jetzt ne halbe Stunde fahrt, Alter! Ja. Ja, wir legen uns halt nicht die ganze Zeit ab. R, C, I, abräumen. So geil, ey. Junge, wurde das gerade verletzt? Scheiße! Nein! Nein! Da war der Druck zu groß. Der Druck war einfach zu groß. Ja, ein Bremsfeld, der Reifen hat blockiert und die Wiese getrunken. Oh nein! Ich mach hier den Clip. Jetzt kann ich nicht in die Reifen, weil jetzt geht ihr ins. Ja! Ja! Seitdem die Reifen hat. Ich mach hier im Himmels. Dann muss er und jetzt geht die Reifen oder aufkommst. Ich mach, dann muss ich dir hin, até den Reifen geben. Ich mach hier hin. Dann muss ich mir hin.